Es ist Dienstag, der 19. März, Länderspielpause. Die Profis haben trainingsfrei, aber das bedeutet natürlich nicht, dass hier im Stadion, hier beim Karlsruher SC nicht gearbeitet wird. Wir stellen die Weichen für die Zukunft zusammen mit Daniel Gordon. Daniel, du hast gerade einen Vertrag unterschrieben. Für was genau? Erklär es uns doch einfach kurz bitte. In erster Linie U23, die neu gegründet wurde oder wird im Sommer und da werde ich Co-Trainer sein, das Trainerteam unterstützen und gleichzeitig werde ich eine Rolle im Profibereich einnehmen. Individualtrainer nennt sich das. Da geht es in erster Linie um die Talente. Unterstützen, besser machen, all das was dazu gehört, um einfach noch mehr die Qualität nach oben zu schrauben. Das sind einfach unglaublich gute Nachrichten für unseren KSC, wenn ich das mal so sagen darf. Man hatte dich in letzter Zeit schon ab und zu auf dem Profitrainingsplatz gesehen. Du bist auch ab und zu bei uns in der Frage der Woche aufgetaucht, als du plötzlich aus dem Profitrakt rausmarschiert bist. Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Wie oft bist du da? Wie kann man sich das vorstellen? Es geht darum, einfach einen engen Austausch zu haben zwischen Profibereich und Jugend. Das weiter zu vernetzen, ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema für mich. Und ja, ich bin dann auf den Plätzen dabei, um einfach die jungen Spieler zu betreuen. Zu schauen, wie ist die Entwicklung? Was treiben sie letztlich auf dem Trainingsplatz? Wie präsentieren sie sich? Um das einschätzen zu können, das Trainerteam zu fragen, wo sind noch Schwächen? Was kann man verbessern? Einfach eine individuelle Unterstützung nochmal zusätzlich, um die Qualität nach oben zu schrauben und die Nähe an die erste Elf heranzuführen. Das ist das große Ziel. Was nimmt man sich generell vor? Persönlich, was will man den jungen Spielern vermitteln? Grundtugenden auf jeden Fall. Die dürfen natürlich nicht missen, aber ja, individuelle Qualität einfach nach oben schrauben. Hohe Wiederholungszahlen steht da ganz groß auf der Agenda. Je mehr die üben, je öfter die Wiederholungen haben, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Qualität steigt. Und das ist das Ziel von meiner Seite. Ich will die Jungs wirklich einfach nur beiseite stehen, Tipps geben aus meiner Erfahrung und meiner Karriere Dinge mitgeben und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Daniel, dafür wünschen wir dir alle von Herzen nur das Beste. Daniel Gordon, ab sofort Co-Trainer der U23 und wie kann man das andere beschreiben? Individualtrainer, Profis ist schon okay. Individualtrainer, Profis. Leg los! Jawohl!